Orange Intelligenz Jeden Tag arbeiten wir bei KUKA an Innovationen und versuchen ständig die Grenzen des Machbaren zu erforschen und auszuprobieren. Sind es die Herausforderungen von Industrie 4.0 oder ist es das Internet der Dinge? Ist es die flexible Produktionszelle oder ist es die Smart Factory? Jeden Tag bei KUKA sind es diese Fragen nach dem neuen, nach dem nächsten und dem übernächsten Schritt, den wir KUKaner und das Unternehmen als Ganzes gehen, um weiterhin eine führende Rolle in der Industrie einzunehmen. Aber an manchen Tagen lohnt es sich, zurückzublicken. Es ist eine Schweißtechnologie, die uns bei KUKA seit über einem halben Jahrhundert antreibt, diese immer wieder anzupassen, zu optimieren und weiterzuentwickeln. Reibschweißen ist eine genial einfache Technologie. Reibschweißen ist eines der innovativsten Schweißverfahren, das es gibt. Reibschweißen ist unserer große Leidenschaft. Das Reibschweißen als Fügeverfahren ist eng mit der Geschichte des Unternehmens verbunden. Johann Josef Keller und Jakob Knappig gründen 1898 das Acetylenwerk für Beleuchtungen und legen damit den Grundstein für das Automatisierungsunternehmen KUKA. Industriell führt KUKA das Rotationsreibschweißen 1966 mit der ersten Reibschweißmaschine RS6 ein. KUKA baut 1974 die erste Doppelspindelmaschine für schwere LKW-Achsen. Zum Teil sind diese Maschinen noch heute im Einsatz. Durch die Übernahme von Thomson Friction Welding UK im Jahr 1994 wird das Portfolio um lineares Reibschweißen und offene Maschinen mit beweglichem Spindelstock für besonders lange Komponenten erweitert. KUKA entwickelt 2008 die bisher größte Reibschweißmaschine, die SRS1000, mit 1000 Tonnen Stauchkraft und einem Drehmoment von einer Million Newtonmeter. Heute liefert KUKA mit der Genius eine der modernsten Reibschweißmaschinen auf dem Markt. Das Konzept der Genius ist neu und revolutionär. Ein modulares Baukastensystem ermöglicht es dem Kunden, noch flexibler und energieeffizienter zu produzieren. Die kompakte Bauweise und die intuitive Bedienoberfläche der Genius steigern den Kundennutzen enorm. Wir liefern Lösungen für beispielsweise die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie. In 50 Jahren haben wir in 44 Ländern mehr als 1200 Anlagen installiert. Neben der Genius bietet KUKA ein breites Portfolio an Maschinen, die vom kleinsten Bauteil mit 3 mm Durchmesser bis hin zu großen Turbinenteilen mit mehr als 400 mm Durchmesser produzieren können. Wir bieten unseren Kunden den weltweiten Zugriff auf ihre Produktionsdaten in der Cloud. Dadurch behalten die Anlagenbetreiber jederzeit den Überblick über ihre Produktionsstandorte. Unsere Kunden können auf die Daten ihrer Maschinenparks weltweit zugreifen und Live-Videos der laufenden Prozesse abrufen. Damit kann die Leistung von verschiedenen Produktionsstandorten verglichen und optimiert werden. Das Ziel ist die weltweite Vernetzung und Energieeffizienz von Maschinenparks durch dezentrale Intelligenz. KUKA bietet damit die Zukunftstechnologie für die Anforderungen von morgen. ORANGE INTELLIGENZ ORANGE INTELLIGENZ